Dieses Video wird präsentiert von GangsPlanet. Für weitere Informationen schaut in der Videobeschreibung vorbei. Radio... Moment. Radio Krefrath, Verkehrsnachrichten. Auf der B67 gab es einen schweren Busunfall. Die Route ist momentan gesperrt. Es sind ungefähr 50.000 Kilometer Stau. Wir bitten diese Region großräumig zu umfahren, da ein wilder Busfahrer mit seinem Bus unterwegs ist. Bitte meinten Sie alle Bus- und U-Bahn-Verbindungen, da die U-Bahn auch betroffen sein könnte. Vielen Dank! Ja, ist doch so. Bleibt einfach alle weg von mir. Ich schwöre. Ah, ich muss ja der 52 jetzt folgen. Rheinbrücke. Rheinbrücke. Läuft! Es war nass auf den Straßen, aber wir bremsen trotzdem. So ist das scheißegal. Uns interessiert die Physik nicht. Alle, die an die Physik glauben, sind... ...ineffizient? Dumm? Ich weiß es nicht. Rhein! Immer noch 20 Minuten, Alter. Ach ja. Da hat man sich noch zur Wehr gesetzt gegen solche schlechte Videospiele. Mit dieses... Also dieses, nicht dieses. Ja, ich bin auch nur ein Videospiel. Und so wie ich mich mal verhalte, ja. Warum sind hier in dieser Stadt eigentlich überall scharfe Kurven? Alter. Lassen Sie mich rein! Lassen Sie mich rein! Lass mich hier nach unten. Die da. Äh, die da. Ist es die da? Die den Kopf verdreht? Nein, halt die Fresse, das ist eine Notte. So. Alter. Lass mich rein! Dein Gehirn. Halt die Schnauze und kauf 2000 Tickets, sonst fliegst du hier raus. Tickets hast du nie gekauft. Das Geld kriege ich. Kannst du auch direkt mir das Geld geben. Sonst verschwinden Tickets ohne Geld. Das ist nicht gut. Und sehr auffällig. Äh, hör auf! Habe ich doch gesagt, du Arsch! Wo ist denn hier ein Rathau? Alter, sieht das kacke aus. Keiner? Doch. Verste... Alter. Mach ich mir... Wenn ich Bus fahren will, mach ich das auch mal. Dann verstecke ich mich hinter der Werbung, wenn man einen bloß nicht sehen kann. Und dann immer schön bei den Linienbetreibern anröfen und dann so... Ja, der Biss hat mich nicht mitgenommen. Ja, warum denn? Konnte der sie denn sehen? Äh, ich glaub schon. Ich war in der Werbung. Gott, jetzt habe ich hier Katzenberger nachgemacht. Ja! Die Boko-Sauber-Aktion! Jetzt mit mehr Titten! Mit 100% mehr Titten! Und 100% mehr Silikon! So. Bus hat Vorfahrt! Bus hat Vorfahrt! Bus, Bus, Bus hat Vorfahrt! Ich muss Verspätung aufholen, ich habe keine andere Wahl. Ich sehe schon wieder in den Kommentaren... Äh, du fährst voll unrealistisch. Nein, eigentlich nicht. Wenn Omsi sagt, jetzt wird 25 Minuten Verspätung aufgerechnet, dann fahre ich auch so. So. Was ist das für eine Schnelllinie? Okay, das waren jetzt irgendwie nur 5 Stationen oder so. Ach, das geht aber... Ah, die fährt weiter als das, okay. Da brennen die Spackos hier. Aber das mit der nassen Straße sieht cool aus. Weißt du was? Ich mache jetzt Tatsache nochmal ein wenig was. Regenwetter. So, pass auf. Hier, äh, Kolumbus, ja, und dann... Und dann... Regen. Äh, so, und... Hey! Sieht scheiße aus. Fuck. Äh, ja, wo sind denn die Wolken, die ich bestellt habe? Warte. Moment. Kolumbus 3. Äh, äh... Sieht scheiße aus. Kolumbus 2. Alter! Äh, äh... Overcast 1. Aha. Mhm. Aha. Ja. Mäßiger Regen. Bip. 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 Oh, das ruckelt wie eine Hure. Alter. Kann es sein, dass das dieser Overcast ist, den ich da jetzt... Warte mal, Kolumbus 3. Bip. Ja, jetzt ist es flüssiger. Ja. Es ist dieser Overcast. Weil der sich ja auch noch bewegen muss. Also, dann fahren wir jetzt halt so durch die Gegend. Hehehe. So. Äh. Klima im Bus. 30 Grad. Hehehe. Ups. Ähm. So. Was ist das eigentlich für eine Ampel? Muss man hier irgendwo eine Münze reinwerfen, damit man weiterfahren darf, oder was? Oh, da komme ich noch nicht mal rum. Alter. Ah, ich mache in der Runde noch eine... Ich mache in der Zeit noch eine Runde VR. Warte mal. Übrigens, das Video zu dieser VR-Brille... ...gibt es bei mir auf dem Technikkanal. Links in der Beschreibung. Iiiiiiiiih. 3D. Immer noch nicht grün. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe was. Ich sieh was. Wenn ich weiß, was sieh was ist, bitte jetzt googeln. Ach ja. Ist euch eigentlich nichts aufgefallen? Ich habe versucht, oder ich versuche momentan noch mal ein bisschen was, so wie in meinen alten Folgen zu werden. Weil in den letzten Folgen saß ich immer da so. Ja, ja. Wir fahren hier durch die Gegend. Mhm. Toll. Mhm. Ja. Und ja, ich habe noch mal versucht, so ein bisschen durchgedreht zu werden, wie es damals war. Ja. Ich hoffe, es hat funktioniert und ich hoffe, es gefällt euch. Ach, da will der rein, der Arsch. Da will der rein, der Arsch. Warum ist hier eigentlich keine Hälterstelle? Okay, Alter. Oder will der zu dem anderen? Nein, will der nicht. Steige ein, du. Morgenkopf. Ist doch so. Da war das? Ja. Hinter seiner? Da war das. Ach ja. Alter, ich muss rüber. Fuck. Fuck it. Fuck, fuck, fuck. Lasst mich bitte rein. Jetzt. Sofort. So, ich bin jetzt hier. Bitches. Fahrjung. Alter. Da bremst der. Der hat gesehen, er hat gebremst. Der hat gebremst. Ausrufezeichen. Das ist wahr, keine Frage. Die nächste Haltestelle, Kreuzkamp. Toll. Was ist das für eine Bushaltestelle? Boden klebt aber wie eine Eins. Und weiter geht's. Sehr schön. Okay. Was mache ich denn hier? Fahr doch mal geradeaus, Felix. Nächste Haltestelle. Weddauer. Weddauer. Klingt wie ein Käse. Jetzt der neue Weddauer Alpenkäse. In ihrem Penny, Rewe, Aldi, Lidl, Netto Markendiscount und Poco. Domäne. Der neue Weddauer Alpenkäse. Rund, halb rund und als Eichelkäse verfügbar. Mehr Alkohol. Hilft auch nicht. Ähm. Es geht weiter. Okay, ich muss irgendwie links scheinbar. Also er sagt zumindestens, Bühlsberg! Links. Das heißt, ich folge ihm jetzt einfach mal. Und ich bin natürlich direkt über das Falsche gefahren. Hehehehe. Das war gerade eben grünlich da fahren. Halt die Fresse. Es war gerade eben grünlich da fahren. Es ist auch toll. Herr Officer, es war gerade eben grünlich. Ich darf doch dann fahren. Höh. Oh, immer noch 19 Minuten Verspätung. Sexy. Einsteigen. Ich will eine. Kartenverkauf ist aus. Nächste Haltestelle. Kremerplatz. So. Fiiiih. Quaay. Na, es sieht aber cool hier aus. Also die Map ist echt geil. Nur um sie ist scheiße. Bäh. Kurve. Übrigens, vielleicht habt ihr das schon gehört. Ich habe Nasenkanäle zu. Das ist unglaublich sexy. Ah, so. Jetzt geht's wieder. Na. So. Na. Steigt ein, Tucken. Alter, ich verliere schon wieder Zeit. Nächste Haltestelle. Regattabahn. 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 Das ist super. Das ist elegant. So. Ich habe echt einen Schuss weg momentan. Das ist unglaublich. So. Pass auf. Und jetzt zeige ich euch nochmal die super Klebetechnologie von außen. Es ist die neue Superstop. Ja. So bremst man heutzutage. Steigt ihr ein? Ich habe ein bisschen zu früh gebremst. Ich weiß. Aber hier wird auch gar keiner rein. Von der. Ah, Regattabahn. Ich verstehe. Es ist hier. Nein, nicht Fitnessstudio. Rudern. Ich habe es. Er hat es. So. Alter. Weddow Bahnhof. Warte mal hier. Bauarbeiten. Es ist Donnerstag. Warum arbeitet keiner? Äh. Falsche Straßenseite. Ne. Ich arbeite aber. Hm. Mano. Hm. Mann. So. Nee. Äh. Fuck. Scheiße. Sehr schön. Rein. Kacke. Kacke. Nächste Haltestelle. Amtsgewicht. So. Jetzt möchte ich mal gerade was ganz, ganz Wichtiges gucken. Hihihi. So. Ah. Hier kann man durchnavigieren. Wo ist denn mein... Äh. Wollte ich gar nicht. 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 Ist nichts. Nie was passiert. Okay. Hätte ich abbiegen müssen. Fuck. Nein. Natürlich nicht. Ich bin gut. Danke. Ähm. Ja. Da ist das Ampfgericht. Ich glaube da kann man mich direkt mal... Äh. 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 Da kann man mich direkt mal ab... Äh. Verfrachten. Hinverfrachten. Hm. Kein Alkohol mehr. Ja. Yummy, 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 I got iced tea in my tummy. Ja.